Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Fenstergriff hier gegen einen neuen mit oder ohne Schluss vollkommen egal richtig austauschen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal musst du deinen alten Fenstergriff waagerecht stellen und dann hast du hier hinten noch so eine Blende, die kannst du jetzt einfach leicht nach vorne ziehen und dann einmal um 90 Grad drehen, dass hier diese zwei Schrauben freigelegt werden. Jetzt diese Schrauben mit einem normalen Schraubenträger mal gegen den Uhrzeigersinn rausziehen, das mache ich mit beiden jetzt einmal und dann kann ich den Fenstergriff auch schon rausziehen. Beide Schrauben sind locker und jetzt einfach mal den alten Fenstergriff nach vorne rausziehen und du hast diesen auch schon richtig entfernt. Als nächstes einmal den Schraubenabstand messen, bei mir ist es wie im Standard auch 43 Millimeter, das passt und auch noch hier diese Vierkantlänge. Das sind bei mir jetzt ungefähr 36 Millimeter und dann kannst du dir mal einen neuen Fenstergriff bestellen. Der neue Fenstergriff ist bestellt, doch zuvor mal am besten mit einem Industriereiniger diese Fläche hinten etwas sauber machen. Natürlich kannst du auch einfach Wasser mit Spülmittel verwenden, denn wenn unser neuer Fenstergriff dort hinkommt, möchten wir nicht, dass das hinten hier alles noch dreckig ist. Somit ist das auch schon sauber. Jetzt den neuen Türgriff einmal wieder auf die waagrechte Position stellen, also dass das Ganze richtig herum hier sitzt und dann mit dem Vierkant hier vorne einfach gerade reingeben. In meinem Fall hat dieser Türgriff jetzt auch noch ein Schloss. Dieses dient einfach als Kindersicherung bzw. Einbruchsschutz. Nun die Blende wieder um 90 Grad drehen, dass einmal hier unsere Löcher frei werden und dort geben jetzt die neuen Schrauben mit rein. Normalerweise sind bei jedem Set immer zwei neue Schrauben dabei. Das Ganze mit dem Schraubendreher im Uhrzeigersinn wieder leicht fest drehen und dann können wir unsere Blende auch schon wieder um 90 Grad drehen. Die Schrauben sind festgezogen, die Blende wird wieder um 90 Grad gedreht, dass das Ganze nach was ausschaut. Jetzt kann ich einmal schauen, mein Türgriff bzw. Fenstergriff funktioniert. Das Ganze geht richtig auf, geht richtig zu, bleibt natürlich auch zu und somit haben wir auch schon unseren Fenster bzw. Türgriff richtig gewechselt. Übrigens diese Sicherung hier, jetzt kannst du das Ganze nämlich einmal normal drehen. Wenn du das Ganze rein drückst, funktioniert das Ganze nicht mehr. Heißt du kannst die Tür nicht mehr öffnen. Nun hast du normalerweise noch einen Schlüssel dabei. Diesen einfach in dein Schloss geben, etwas drehen und schon kannst du die Tür bzw. das Fenster wieder normal öffnen. Ich persönlich kann diesen Industriereiniger jedem Haus halt wirklich nur ans Herz legen, egal ob man jetzt zum Beispiel hier im Untergrund nur etwas sauber machen muss oder auch um irgendwelche alten Etikette noch runter zu bekommen. Hier ist dieses Teil wirklich Gold wert und so eine Flasche hält Ewigkeiten. Wenn du dir jetzt so einen Industriereiniger einen neuen Fenstergriff mit Schloss bzw. auch ohne Schloss zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hier für Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersilien hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.